In diesem Video möchten wir Ihnen die HOF-E-Serie vorstellen. Ein Kabel- und Leitungsführungssystem in drei unterschiedlichen Baugrößen. Das System 220i ist geeignet für Spannweiten bis 6 Meter, das System 290i für Spannweiten bis 8 Meter und das System 400i sogar für Spannweiten bis hin zu 10 Metern. Mit der HOF-E-Serie können Sie Ihre Anlagen und Industriehallen ganz individuell und flexibel mit Strom, Datenleitungen, Wasser, Gas und anderen Rohren und Leitungen versorgen. Das System kann sowohl geständert als auch gehängt montiert werden. Das Verbinden der einzelnen Elemente über die Konusverbinder ist formschlüssig und kinderleicht. Durch diese Verbindungsart erreichen wir eine hohe Lastaufnahme bei großen Spannweiten. Nach dem Verbinden muss lediglich die Transportsicherung entfernt werden. Das Verlegen der Leitungen und Kabel ist extrem zeitsparend und somit auch kostensparend. Große Umwege und lange Kabelwege sind nicht mehr nötig, da das System große Strecken freitragend überbrücken kann und somit die Leitungen auf kürzestem Wege zum Zielpunkt verlegt werden können. Die Leitungen und auch die Rohre liegen sicher in der horizontalen und auch in der vertikalen Traverse und sind somit vor Beschädigungen geschützt. Optional kann einfach eine Kabelwanne in das System eingelegt werden, um so Datenleitungen getrennt von Starkstromleitungen zu verlegen. Im Nachhinein können Schilder und Beleuchtungen, Schaltschränke oder aber auch Feuerlöscher durch die Montage von Schellen an unterschiedlichen Stellen montiert werden. Umfangreiches Zubehör, wie zum Beispiel der Abstandhalter, um eine zweite Ebene für zusätzliche Rohrleitungen zu schaffen, oder die Doppelschelle für horizontale oder vertikale zusätzliche und variable Rohrabgänge oder aber der Hängepunkt, um das System von der Hallendecke aus abzuhängen, gehören selbstverständlich mit zum Sortiment der HOF-i-Serie. Wie Sie sehen können, bietet die HOF-i-Serie viele Vorteile, die wir an dieser Stelle noch einmal für Sie zusammenfassen möchten. Mit der HOF-i-Serie lassen sich große freitragende Strecken überbrücken. Ohne, dass zusätzliche Stützpfeiler benötigt werden. Alle drei Systeme ermöglichen eine sichere Rohr- und Leitungsverlegung. Und dank kürzerer Kabelwege lassen sich enorme Kosten einsparen. Die HOF-i-Serie ist sehr flexibel und jederzeit Umbau- und erweiterbar. Alle drei Systeme verfügen über ein umfangreiches Zubehörsortiment, wie zum Beispiel Schellen oder auch Abhängepunkte, um beispielsweise Feuerlöscher, Schaltschränke oder auch Hinweisschilder montieren zu können. Des Weiteren lassen sich Kabel und Leitungen wesentlich schneller verlegen, wodurch sich ebenfalls eine Kostenersparnis ergibt. Für alle drei Systemgrößen ist selbstverständlich eine Statik vorhanden. Fragen Sie jetzt Ihr System aus der HOF-i-Serie an. Eine einfache Skizze genügt und wir erstellen Ihnen Ihr individuelles Angebot. Rufen Sie uns an oder schreiben uns eine E-Mail. Rufen Sie uns an.